World Underground Wrestling Romungus als Geburtstagsgeschenk Mal was Neues! Romeo, du wünschst dir am 6.4. zu deiner Show mich als Gegner? Kein Problem! Ich werde da sein, wenn du zu deinem Geburtstag Schmerzen haben willst. Machen wir das! Wir sehen uns am 6.4. um 16 Uhr im Weberknecht. Und das Publikum wird sehen, ein für alle Mal, dass ich der Bessere bin. Nein! Hey! Romeo! Nur zur Erinnerung! Woher Musik Woher Musik Woher Musik Woher Musik Vielen Dank.